Äh, ja, keine Ahnung, das Pokémon hat mich aber, glaube ich, sehr an diese Viecher aus, ähm, oh Gott, wie heißt der Film? Ich glaube, der ist mit Tom Cruise, da geht die Welt unter. Ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt, keine Ahnung. Kabutops-Fossil, okay. Momentan haben wir eine Raumfahrt-Ausstellung, okay. Auf dem Mondberg gefunden ist Meteoritengestein, Mondstein? Ich will Bild sehen! Der 20. Juli 1969, die erste Mondlandung. Für die Fernsehübertragung hatte ich extra einen Farbfernseher gekauft. Nice. Mondstein? Was ist darin so einzigartig? Uh, ein kleines Raumschiff. Space Shuttle Columbia. Ich hätte gerne einen Pikachu. Es ist so furchtbar süß. Mein Papa soll mir eins fangen. Fang dir selber eins. Ich würde deinen Pikachu gerne nehmen, aber es hängt zu sehr an dir. Stimmt das? Da habe ich jetzt 50 Tacken hingeblättert, oder was? Was haben wir hier? Pfeile. Mehr gibt es hier aber nichts, ne? Für die kleinen vier Dinger hier. Kann man mit dir noch quatschen? Nimm dir Zeit und schau alles an. Oh, da ist noch mehr. Da komme ich aber auch hin. Da oben in dem Anbau. Komme ich dann... Ich komme da nicht hin. Oh, weil ich den Zerschneider nicht habe. Äh, waren wir hier drinnen? Ah! Nee. Nidoran! Sitz! Nidoran. Ja. Unser Pokémon ist ein Außenseiter. Deshalb ist es schwer zu erziehen. Ein Außenseiter ist ein Pokémon, das man in einem Tausch erhält. Es entwickelt sich rasch, doch im Kampf kann es vorkommen, dass es unter unerfahrenen Trainern nicht gehorcht. Wenn wir doch nur ein paar Orden hätten. So, dann kämpft. Los. Kämpf, kämpf. Du bist Trainer? Rokko ist ständig auf der Suche nach neuen Herausforderern. Vorderern. Folge mir. Ach. Ja, ich weiß, dass da eine Arena ist. Wenn du genug Mom hast, dann versuche dich an Rokko. Wo ist der hingelaufen? Magie. So. Ähm. Genau, ich wollte mir noch ein paar Pokémon fangen. Und ich mag vielleicht ein Nidoran oder sowas. Irgendwas ist hier unten gibt. Ein Taubsi. Level 3. Genau, das könnte ich mal mit meinem Raupi kaputt machen. Stirb, Taubsi. Wer stirbt zuerst? Ich wahrscheinlich. Entstoß. Komm, bitte, 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 bitte. Nein. Ich bin tot. Oder? Ja. Natürlich. Immer, weil ich zu viel will. Ich hätte es auch austauschen können. Aber nein. Aber ich hätte auch einen Trank benutzen können. Nee. Ach, komm. Und. Und. Mal jetzt. Nun, Taubsi. Ich mach's platt, weil du meinen Partner kaputt gemacht hast. So. Ich will jetzt nur wieder hoch ins Pokémon Center. Um meine, um meinen Raupi wieder zu beleben. Ich hab keine Lust da irgendwie, ja gut, einen Beleber hab ich sowieso nicht, aber ich hab keinen Bock dann da irgendwie Tränke rein zu pumpen. Ja. So. Wir müssen auch nochmal gegen Gary kämpfen, ne? Aber das mach ich dann. Genau, ich fang mir jetzt ein Pokémon. Ein hübsches. Ähm. Warum gibt's denn nur fucking Taubsis, Mann? Oh, das wird schwer. Egal. Genauigkeit sehend. Tackle. Ja, natürlich. Sandwirbel. Ich befehle Tackle. Will ich das Taubsi haben? Ich weiß es nicht. Ich versuch jetzt aber mit meinem Raupi ein bisschen da Schaden zu machen. Und dann, wenn mich das das nächste Mal angreift, jetzt äh, mein Pokémon auszuwechseln. Weil dann kriegt der Raupi endlich mal äh, Tausch. Endlich mal ein paar Erfahrungspunkte. Okay. Jetzt gehen wir wieder zurück. Aufladen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Raupi genauso viele Erfahrungspunkte jetzt bekommen hat, wie als wenn, äh, ich überhaupt nicht angegriffen hätte. Ich glaub schon. Ich glaub dann wechsle ich das gleich einfach nur aus. Aber jetzt haben beide manchmal gleich viel bekommen. Ich bin mir da auch sehr unsicher. Nein, ich ne. Will ich euren Service benutzen. Obwohl dieser blau-graue das gefällt mir echt ziemlich gut. Kommt bitte Nidoran oder sowas. Ach, fucking Taubsis, Mann. Aber jetzt mach ich dieses Taubsi mit meinem Raupi kaputt. Stirb! So, jetzt darf mein letzter jetzt nur nicht daneben gehen. Aber jetzt bin ich auch tot. Yes! 23. Naja. Was haben wir jetzt hier? Uh! Ein Nidoran. Level 4. Ist aber ein weibliches. Ich möchte aber gerne ein männliches haben, weil das weibliche hat irgendwie so komische Titten. Warum hab ich jetzt angegriffen? Ich bin tot, ne? Uhuhuhuhu! Nächste! Nächste! Okay. Hm. Okay, die teilen sich das dann immer so, wie es aussieht. Männlich, 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 männlich. Och. Ich weiß, ich bin sehr wählerisch, aber ich möchte halt meine Standard-Pokémon irgendwie gut gewählt haben. Sag ich jetzt mal so. Wobei ich das wahrscheinlich zwischendurch schon mal auswechseln werde, irgendwie. So, ist mein Traupi jetzt mal Level 6? Natürlich nicht. Das Farbschema gefällt mir voll gut. Ich gehe jetzt noch einmal da unten rein. wenn ich da jetzt nichts passendes finde gehe ich dann noch mal durch den bald durch und kämpfe dann gegen gary taupsy level 5 raupy level 5 taupsy gewinnt das ist so ein scheiß da kommen jetzt zieh dich mit deinem ollen windstoß ich wollte auch mal die donnerwelle probieren ein radfraß sehe ich jetzt irgendwie auch nicht so natürlich wäre es gut für den anfang der sie überhaupt mal ein paar pokémon habe ich weiß nicht hier donnerwelle die donnerwelle hatte ich schon ruckzuck hiep war das andere war hier ruckzuck hiep doch ich mache noch ein bisschen weiter hier wie viel hat man raupy noch ein männliches nido war in level 4 silberblick kannst du ruhig machen das ist mir egal wahrscheinlich macht es gleich selbst deckel noch mal silberblick sehr schön nein jetzt bin ich tot silberblick silberblick ja okay nein jetzt ist mein pokémon tot äh ja ich möchte dieses nidoran haben ich weiß auch gar nicht wer das nidoran wird ähm äh item genau pokémon ja wunderbar nidoran wurde gefangen für nidoran wurde ein neuer eintrag im pokédex angelegt die ohren dieses pokémon sind sehr sensibel droht gefahr so attackiert es mit seinem gift mit seinem gifthorn stand da eben ohren ich weiß es nicht ähm nidoran giftdorn größe 0,5 meter gewicht 9 kilogramm so wer wird denn das nidoran äh ich mach mal ein alex der alex wird das nidoran äh kleinbuchstab das nidoran das nidoran sehr nice okay jetzt möchte ich auf jeden fall wie ist das denn hier äh level 4 ist alex das heißt der level 4 tausch geht hier mal in erste stelle und raupi wie ist das denn fliege geht anstelle von dennis so so